Hi Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Heute sind wir nochmal in Dubai unterwegs. Ich hatte es ja letztes Mal angekündigt, dass wir heute mit dem Airbus A380 nochmal so einen kleinen Rundflug über Dubai machen werden. Da werden wir uns so ein paar Gebäude und sowas anschauen. Und dann werden wir wieder zurück zum Flughafen fliegen und hier nochmal eine Landung auf dem Flughafen Dubai International durchführen. Und wir starten hier heute auf der Startbahn 30 links. Wir werden dann aber später dann aus der anderen Richtung von dort dann heute landen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir hier schon mal wieder ins Cockpit vom A380 und machen dann direkt mal hier den Line-Up bzw. auch gleich den Take-Off, würde ich sagen. Klappen sind schon ausgefahren und sonst auch alles soweit für den Take-Off. Genau, und dann machen wir jetzt starten. Wir fliegen an der Linkskurve kurz an der Küste da entlang, zeige ich euch so ein paar Gebäude und drehen dann wieder um und machen so eine Art Landetraining heute. So, Runway Ahead. Und wir sagen mal, wir haben die Clearance für den Line-Up auf Runway 3011 bekommen. Die Add-ons, die wir heute verwenden, sind wieder Real Environment Essentials, Real Environment Extreme Essentials Plus with Overdrive, so heißt es. Und von Flight Tampa das Add-on Dubai Rebooted. Und ihr seht, wir fliegen heute auch nicht bei realem Wetter, sondern einfach bei dem Wettermodell schönem Wetter. So, noch ein bisschen rüber. Nicht so schnell. Und dann würde ich sagen, Emirates 380, cleared for take off, Runway 30 left. Und dann würde ich sagen, los geht's. Einmal ab in die Lüfte. Wir werden heute auf 2000 Fuß steigen, ist noch eingedreht. Beziehungsweise ich habe gar nichts verändert seit dem Ende vom letzten Teil. Da sind wir hier in Dubai gelandet. Da sind wir aus Tokio gekommen und hier in Dubai gelandet. Genau, jetzt starten wir. Fliegen Richtung Meer, drehen links ein, fliegen an der Küste entlang, fliegen eine Rechtskurve zurück. Wenn wir da an den Gebäuden vorbeigeflogen sind, ist halt sehr, sehr schön bei dem Add-on hier von Flight Tampa, dass halt hier wirklich so gut wie ganz Dubai Rotate sehr schön nachgebaut ist. Ihr seht, wir haben halt auch nicht mehr so viel Kerosin an Bord. Wir können richtig früh abheben. Ihr seht mal, wie schnell der hier beschleunigt hat. Das ist so extrem. Wir sind jetzt schon bei 200 Minuten und können Schub rausnehmen. So, dann seht ihr hier mal, wie schnell wir da beschleunigt haben. Hier, jetzt geht's am einen Terminal da vorbei. Ich glaube, das wurde nämlich neu gebaut und die beiden gab's nämlich schon etwas länger. Und ich glaube, so Vorfeldpositionen. Doch hier, das ist aber Cargo vielleicht. Weiß ich gar nicht. Hat der Flughafen vielleicht gar nicht so viele? Ja, ich hab mir kurz noch ein paar Namen von ein paar Gebäuden rausgeschrieben. Und genau, hier seht ihr auch schon ein paar große Gebäude. Ist also echt geil, wie viel hier mit bearbeitet wurde hier bei dem Addon. Ist schon richtig, richtig Hammer. Vorne seht ihr auch noch was, was sich im Bau befindet. Da kommen wir gleich dann dazu. So, flaps up. Ich mach mal kurz Pause, um den Autopiloten mit euch einzustellen. Wir stellen mal eine Geschwindigkeit von 180 ein. Weil mit 130 werden wir landen nachher. Wir werden ab 2.000 Fuß dann auch den Autopiloten ausmachen und dann landen. So, Heading. To...4 ist ganz gut, glaube ich. Und die Altitude passt. Können wir sinken. Ist nämlich schon zu hoch. Ah, ich weiß nie ganz, wie man das bedient. Nein, also nicht. Autopile Dawn. So. Und Descent mit... Na. So. Genau. Ja. Dann fliegen wir mal hier entlang an der Küste von Dubai. Da ist echt... Guck mal hier. Das ist so geil, was die da gemacht haben. Die... Ja. Jungs von FlyTemper. Vielleicht auch Mädels von FlyTemper. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall richtig geiles, ja, Addon, was die hier geschaffen haben. Eigentlich somit eins der besten Addons, die ich bis jetzt hier für den Flight Simulator gesehen habe, muss ich sagen. Also da... Kann ich sagen... Ja. Finde ich bereut man den Kauf auf keinen Fall. Es ist richtig geil, was hier alles abgedeckt wurde. Guck mal, hat hier noch ein paar Helikopterlandeplätze. Da können wir überall noch landen. Und da seht ihr den Burj Khalifa. Scheiße, ich hätte mal gucken können, wie hoch der ist. Das können wir gleich noch schauen. Ähm, ja. Das ist das welthöchste Gebäude. So. Und ich dachte, der kontrolliert vielleicht auch die Geschwindigkeit. Aber wir sinken ja gerade. Deswegen sind wir ein bisschen schnell. Genau. Das ist der Burj Khalifa. Das welthöchste Gebäude haben wir hier in Dubai. Das ist ein Sonderflug jetzt hier sozusagen. Sightseeing in Dubai. Genau. Aber wir gucken mal ein bisschen raus. So. Genau. Und jetzt gucke ich aber gerade mal nebenbei, wie das Ganze denn heißt. Der Burj Khalifa. Vielleicht hätte ich gleich auf den Wikipedia-Artikel gehen können. Genau. Das haben wir hier links. Das Gebäude da. Da kann vielleicht sogar ein Helikopter irgendwo landen. Hier. Das welthöchste Gebäude. Ja. Das steht sogar hier auf Wikipedia die deutsche Übersetzung. Da kommen wir auch schon gleich zum nächsten. Aber da ist nicht so wichtig die deutsche Übersetzung. Ähm. Die Höhe bis zur Spitze beträgt 829,8 Meter. Das heißt bis zu der Spitze da oben 829,8 Meter. So. Das geht gleich weiter. Hier haben wir wieder ein paar kleinere Gebäude. Und da kommt schon wieder die nächste, das nächste etwas größere. Wir fahren mal kurz die Störklappen etwas aus. Die Bremsen sind natürlich viel zu schnell. Wie so schnell können wir gar nicht anschauen. Wir sind nämlich gleich schon fertig. So. Genau. Und zwar haben wir das gleich da unten links. Wir sind jetzt schon auf 2000 Fuß. Und zwar ist es direkt von der Säule verdeckt. Kommen wir jetzt gleich vorbei an einem der luxuriösten und teuersten Hotels der Welt. Dem Burj Al Arab. Und zwar heißt es auch gleichzeitig dazu noch das vierthöchste Gebäude der Welt. Und auf Deutsch heißt Burj Al Arab. Turm der Araber. Und zwar ist es dieses hier. Das eins der luxuriösten und teuersten Hotels der Welt. Und direkt hier nebendran haben wir auch noch ein weiteres Hotel. Und zwar das Jumeirah Beach Hotel. So heißt das hier. Man sieht echt mal, wie viel da beachtet wurde. Mit gebaut wurde. Genau. Also hier bei dem Add-on jetzt. Genau. Hier das vierthöchste Gebäude der Welt. Und gleichzeitig noch eins der luxuriösten und teuersten Hotels der Welt. So, jetzt gehen wir mal in die Außenansicht. Denn hier fliegen wir jetzt über eine Künste, etwas künstlich Angelegtes hier. Und zwar nennt sich das Palm Islands. Da seht ihr hier. Da, da und da. Da sind noch, und hier glaube ich auch, nee, das, weiß ich nicht. Das und das und das. Da befinden sich noch welche im Bau. Das ist das einzige, was bis jetzt fertiggestellt wurde. Vielleicht sind die auch schon teilweise hier andere fertiggestellt. Aber das, ähm, die anderen waren Wikipedia noch im Bau, mit dem Baum, mit im Baum, im Bau gekennzeichnet. Und das befindet sich mittlerweile schon fertig. Das ist das Palm Jumeirah. Ähm, genau. Da seht ihr, da sind auch ganz viele kleine Häuser da drauf. Auf jeden Fall auch eine ganz coole Sache hier. Das ist alles künstlich angelegt. Das ist bestimmt sau viel Arbeit. Wie viele Tonnen Sand da hier vorgebracht wurden. Da haben sie in der Wüste einiges. Das konnten sie halt dann alles hier vorbringen. Schon eine coole Idee, finde ich. Also echt was Geiles geworden. Mit den ganzen Gebäuden, die hier draufstehen. Würde ich auch gerne wohnen da drauf. Ist vielleicht auch nicht so ganz günstig wahrscheinlich. Genau, und da haben sie hier vorne auch nochmal so ein Gebäude. Da, da, da. Das ist echt geil, was hier alles an Gebäuden so gut nachgebaut wurde. So, genau. Und soweit sind wir. Genau, da gibt es halt da hinten noch eins. Das heißt, glaube ich, The World, sollte es hier heißen. Dieses hier. Können wir uns ein bisschen sagen. Sieht vielleicht doch, ja, sieht so ein bisschen aus wie die Welt. Vielleicht jetzt Europa. Wie Australien, so so immer. Vielleicht. Ja, ein bisschen vielleicht. Genau, und das sind halt die Palm Islands, so heißen die. Und da sind halt noch hier welche im Bau. Und das ist halt alles künstlich auf sich zu sitzen mit Sand. Und wir drehen jetzt schon wieder um. Und es geht schon wieder zurück zum Flughafen. Das wird wahrscheinlich nur ein kurzer Teil werden. Keine Ahnung, wie lang genau. Also, wir drehen einfach mal gerade ein. Und fliegen nochmal an den Gebäuden zurück. Wirklich, ich kann ja mal gerade gucken, ob ich noch was zu öffnig mir aufgeschrieben habe. Ich werde hier nochmal gucken. Wir müssen halt so rumzurückschicken, wie wir über den Flughafen dann. Palm Island. So, ich gucke mal, ich lasse auf Wikipedia. Vielleicht kommt es ja nochmal drauf. So, Palm Island. Und da gibt es mehrere und deshalb, dass ich jetzt fertiggestellt wurde. Und zwar haben wir hier, das ist wie gesagt das Palm Chimera. Chimera A, ich greffe das eigentlich falsch aus. Ich muss mich eigentlich irgendwie Arabisch oder so aussprechen. Kann ich halt nicht. Dann haben wir hier noch, ich weiß nicht, wo man das ist, das Bild. Auf jeden Fall hier auf dem Bild ist es noch im Bau. Das heißt hier Palm Jebele Ali. Und dann haben wir daneben die Waterfront, die ist auch noch im Bau. Dann haben wir... Das hier ist The World, befindet sich im Bau. Und dann hier Maritime City im Bau. Und hier haben wir Palm Dara. Das ist nun hier auf dem Bild schon, äh, zeigt, wie es dann aussehen soll. Anders als das hier, aber auch ungefähr ähnliche, so ähnlich, aber nicht so wie das hier genau. Genau, Palm Dara wird auch noch gebaut. Und da ist der Flughafen, das heißt wir fliegen jetzt hier einmal so und dann noch im Flughafen zurück. Ja, das seht ihr hier echt, wie viel da schon abgedeckt wurde hier auch noch mit Luftbild und so schon. Cool gemacht von innen. Leuten von Flighthampa. So. Wir drehen weiter ein. ILS gibt es heute für uns nicht. Wir sinken, würde ich sagen, aber mal wenigstens auf 1500. Und von dort werden wir dann übernehmen und selbstständig landen. Sind wir jetzt in 30 Sekunden sind wir da, auf der Höhe. So, hier nochmal auf den First Officer Seed, da fliegen wir jetzt an der World vorbei, ne? Ja, das ist schon ganz schön viel Sand, ja, da wahrscheinlich, boah, das muss echt aufwendig sein, glaube ich, den Sand da hinzubringen. Ich stelle mir schon nicht so ohne Vorbereitung, wie viel Sand wir hier haben, also von daher sollte das kein Problem darstellen. Nur halt das Hinliefern ist schon aufwendig, ja. So, da fliegen wir hier und beenden gleich unsere Zeitfliegentour. Ist wie eigentlich so eine Airshow, könnte man sagen, ne, Airshow ist ja nicht, wenn man so einen Tiefflug dann auf den Flughafen fliegt oder sowas. So, genau, da haben wir nochmal die Skyline von Dubai, das ist schon geil mit dem Wohngebäude da, also. So, ähm, ja, ich habe auch meine Altimeters gerade wieder eingestellt, die Altimeters gerade eingestellt. Wir fliegen gerade. So, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Wir landen auf der rechten Bahn, würde ich sagen. Und, ja, schauen wir mal, fliegen wir weiter gerade aus, das sollte eigentlich... Trotzdem gut hinkommen, machen wir mal Flaps 2. Nehmen wir nicht Flaps 3, Flaps 2, Gear Down. Weiß das hier, ach, das ist noch fürs Fahrwerk, das da unten. Und Reduce Speed, machen wir gleich auf 140 knots. Wir sind ja auch schon gleich bei der Landung und Flaps, nicht full, sondern Flaps... So, das Fahrwerk ist draußen, dann haben wir jetzt hier grün. Deswegen hat es auch gepiepst, weil das Fahrwerk nicht draußen war. Flaps full, ein bisschen früh dafür. Genau, hier fliegen wir jetzt an the world, fliegen wir jetzt hier vorbei. Das ist mit 1500 Fuß über dem Boden. Ja, das sollte eigentlich reichen, dann fliegen wir genau hier in den Rechtskurven, fährt dann ein Schiff. Sieht irgendwie so ein bisschen danach aus, gell. Wird das auch sowas wie hier, was auch immer das sein soll. Vielleicht, dass das Wasser da nicht so hinkommt. Keine Ahnung, aus wem, ja. Ja. Ne, es wird kein Schiff sein, es wird auch so ein Schutz oder sowas sein. So, dann schauen wir, dass wir jetzt hier noch eine schöne Landung in Dubai wieder hinlegen. Letztes Mal war es eigentlich ziemlich gut, finde ich. Ein bisschen mehr hochziehen müsste gar nicht dabei, müssten wir gar nicht machen. Aber dass wir echt so lange nicht mehr mit dem A380 geflogen sind, war es echt ziemlich gut. So, 1, 3, 5 knots ist die Endabflussgeschwindigkeit. So, jetzt müssten wir nur noch den richtigen Moment kriegen, um es im Flughafen einzudrehen. Aber das müssen wir jetzt noch nicht, können wir noch ein Stück vorfliegen. Stehen wir noch irgendwas? Genau, dann nochmal die Skyline. Schon laut, die Triebwerke, ne? Aber ich hoffe, ihr versteht mich gut. Also für mich ist es gerade ziemlich laut, ich könnte den Ton leiser machen, aber... Ja, gehen wir jetzt, ist der Ton ganz leise. So, jetzt wird es wieder besser. Na, machen wir bei 1, könnte noch langsamer werden. Also man kann schon langsam mit dem Flugzeug, kann echt langsam anfliegen mit dem Flugzeug. Deswegen ist es halt auch möglich mit dem Flugzeug auf kleineren Flughebens. Gut, jetzt nicht richtig kleinen Flughebens, aber auf... ...